Hi Tom, ich freue mich, dass du bei der Koyo Showcase bist. Du bist hier im Duala in Ravensburg. Jetzt kriegst du bald von dir eine neue Platte raus. Wo kommt die raus? Auf verschiedenen Labels. Es kommen einmal zwei Tracks auf unter dem hauseigenen Label, was ich mit Toni Rios zusammen mache, auf Sob Records raus. Da habe ich ein Remix für Vito Granito aus Köln gemacht. Da kommt auch noch ein eigener Track von mir mit Henning Richter zusammen. Und dann kommt noch eine Vinylproduktion auf So und So Records. Das ist ein neues Label aus Köln. Kommt am 1.6. steht in den Plattenläden. Ich nehme mich jetzt auf 300 Stück, also beallt euch. Und das reicht erstmal für den Juni, würde ich sagen. Und wie sind die neue Produktionen? Sind die Housing oder TechHouse? Ja, ich passe mich ja schon so ein bisschen in der Jahreszeit an. Also es wird schon ein bisschen mehr grooviger, ein bisschen mehr Open-Air-Sound sein. Okay. Und was fehlen so im Sommer noch für Sachen bei dir an? Spielst du auf der Nature One? Ne, auf der Nature One bin ich dieses Jahr nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder in Montenegro unten. Okay. Mal gucken, was sich noch so anbietet, was so reingeflattert kommt. Okay. Ja Tom, dann danke ich dir mal für die Information. Ich freue mich hier zu sein. Schönes Set. Alles klar. Willst du dich haben. Danke. 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 Hilfe, das war's. Danke. 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 Aveika, dieụ солн你有 Ich grüße euch auf Koyo.TV, ich sitze hier mit Alexander Villadias und Mene Paré, besser bekannt als Diaz und Paré. Hallo Jungs, wie geht's? Hey. Freut ihr euch hier zu sein? Super. Wir spielen heute unser erstes Live-Sense. Wir haben einen Riss-Sport. Ja? Ja. Und ich habe gehört, ihr bringt jetzt bald eine Scheibe raus oder die Scheibe ist schon raus. Könnt ihr mir ein bisschen darüber erzählen? Das ist am 11. rausgekommen auf einem kanadischen Label namens Erises. So eine Tech-Hausige Nummer. Und ja. Werden wir denn noch bald Produktionen folgen? Ja. In Köln, unter dem Puls. Okay. Kommt dann noch ein Freak und nimmt uns auf eine Compilation raus. Cool. Und auf Koyo. Das ist ihr Bestes. Ja. Die Jungs sind nämlich bei mir. Somit sind. Ich bin der Hitze. Ich bin der Hitze. Und wir sehen. Ich bin der Hitze. In der Hitze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020